Hallo, guten Tag. Heute zeige ich Ihnen unsere Motorsteuerung mit Hochreichweite. Zuerst mache ich die Strom 1 und mache diese weg. Und dann zeige ich Ihnen diese Motor. Full S, B, Stop, C, Quick S. Das Test von D. D ist sehen, Lauf. Und diese Bider sender ist sehen, okay. Und jetzt ist es in diese Felberlinos. Full S, Stop, Quick S. Diese Bider Felberlinos hat die Unterzeit zwischen den Hochreichweite. Diese Felberlinos hat die Hochreichweite ca. 1000 Meter. Und unsere Kunde hat mir gesagt, diese Hochreichweite im wirklichen Leben ca. 700. Und diese Verbedienung ca. 500. Aber 500 Meter ist im Freifeld. Und im wirklichen Leben ca. 200. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einmal. Und Full S, Stop, Quick S, Stop, Full S. Und jetzt können Sie diese Motor schauen. Und diese Schneckegetriebe Motorgeschwindigkeit ist 120rpm. Und diese Schattenplanung ist auch sehr ganz einfach. Und diese Anschlussklammer ist viel Motor. Das ist die Plus-Pole und die Minus-Pole für die Motor ist egal, aber hier ist die Beide. Hier soll man Sturmversorgungs-Reich-Storm anschließen. Hier ist GND-Zeichen und hier ist WCC. Hier soll man Sturmversorgungs-Anchnissen. Hier soll man Sturmversorgungs-Anchnissen. Hier soll man Sturmversorgungs-Anchnissen und hier ist die Reiseur-Module. Hier kann man Sturmversorgungs-Anchnissen und auch die Interferenzen. Hier kann man auch den weiteren Test. Durch diesen Test kann man diese Code einlöschen oder auch den Code einlöschen. Hier kann man in der Nähe lernen. Für mehr Infos können Sie unsere Website schauen. Danke für Ihre Chance. Hier soll man esiden. , Vielen Dank.